ja hallo und willkommen zurück ich habe immer noch fieber was sagt mein journal habe ich schon irgendwas wollen hier fehlt mir noch einer immer noch zwei hier fehlen noch ganz viele finde ich eigentlich schon ein paar tage her 51 23 da ist jetzt eigentlich nur geradeaus dann komme ich wieder nach hause gen westen gen osten ach da unten brennt ja immer in müll wenn sie gereinigt stimmt ja ja ich könnte ein bisschen zeug mitnehmen was denn 10 uhr nehm mal mit und ne ne das ich kann es blaue pilze geben geil ein arsch wohl federn ich bin immer auf der suche nach bambus bläuliche pilze nö keine pilze für mich sabbel nicht hier ist ja was verseuchtes okay hier ist was verseuchtes ist die sache wo da unten also wir haben wir haben hier was wo ich das mir unterschlupf das haben wir noch an einem futter bei ein bisschen was habe ich noch ich glaube wir laden jetzt zurück zum unterschlupf und dann werden wir was ging das fieber tun was ging das fieber tun essen und dann wenn wir den fluss reinigen das ist ja der vorteil daran dass wir hier unser unterschlupf haben wir was trinken wir können auch mal schlafen ich muss halt unbedingt den fieber loswerden okay fleisch haben wir sowas fleischiges noch eine stunde essen essen jetzt noch 21 stunden paar tage okay ja das war clever ja okay Nein, da hin. Kulusschale. Ihr dreckigen Viecher. Weg mit euch. Weg. Einfach weg. Ja, ich brauche Proteine. Ey. Mach nicht diese. Ah, Holz. Sammeln. Kann man irgendwas machen? Sammeln. Sammeln. Wir müssen uns was zu essen holen. Das ist wichtig. Beziehungsweise was zu essen machen. Oder fleischliche Kost. Ich muss irgendwas zerlegen. Ich seh dich. Ja, es ist verrückt. Ist es verendet? Ich habe gerade noch einen Speer verloren. Oder es ist hier einfach despawned. Sammelsbogen. Oh, keine zwei Bögen, ey. Junge. Komm. Reise. Na toll. Oh. Blue Mushrooms. Maranuss. Jawohl. Regen. So. Benutzen. Oh, habe ich kaputtgekommen. Ich noch. Benutzen. Na. Animation kaputt. Ähm. Okay. Okay. So. Fett. Hier hat man doch irgendwo eine Spinne, oder? Kann ich die Spinne nicht verwursten? Ich bräuchte irgendwas, was ich futtern kann. Wo? Ja. Hätten und sammeln. Geil, ich kann mir eine Rüstung gleich noch ausbauen. Ein Funky-Verband. Herstellen, herstellen. Ja, eine Nummer. Da ich ja dreckig bin, machen wir uns ein Süppchen. Fleischsüppchen. Kriegen wir hin. Essen. Oh, minus drei Gesundheit. Aber mach mal morgen. Machen wir morgen Rauen. Habe ich noch Seile? Zwei Stück habe ich ja. Herstellen. Herstellen. Das läuft. Gut, dann haben wir noch frisches Wasser. Ähm. Ja, du bist ja noch in Ordnung. Ähm. Ich muss einmal uns kurz begutachten. Du bist auch Pain. Aber okay. Wir haben... Perfekt. Lelelelelele. Die lassen wir aber auch liegen. Ich kann... Ich muss noch Fett in mich reinschrauben. Letzen. Die Wasserbälle essen müssen, ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal runter. Waschen uns ganz kurz. Ich habe dich gesehen, du... Drecksvieh. Ja, wir waschen uns jetzt einfach mal kurz. Hast du dir gedacht, was? Wie ein Ninja bin ich ausgewichen. Sonst eher wie ein totes Pferd, aber... Ja. Hä? Ne, ich kann doch nur einen Einarm haben. Da bist du. Widerling. Ähm... 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 Da ist Wasser. Kokodillus Maximus. Waschen. Wofür... Der Typ hier hat mich nicht fest... Nicht mitbekommen. Glaub... Oh, Schlange. So ein bisschen Paranoia. Wie viel Feuer habe ich noch? Habe ich noch Kohle bei? Jawohl. Zack. Zack. Wir nehmen jetzt einfach mal... Eine Pilzsuppe. Und... Hier füllen wir unser Trinkwasser auf. Zack. 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 Falls wir wiederkommen... Haben wir was zu essen. So, wie sieht es aus? Okay, das können wir alles so... Essen. 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 Okay, Pilzsuppe. Haben wir. Dann machen wir jetzt den Fluss da gleich sauber, wenn wir schon mal da sind. Wir haben ja hier was zum Schlafen. Wir brauchen mehr Pfeile. Wir brauchen definitiv mehr Pfeile. Gucken wir uns mal an, wie wir den Fluss sauber bekommen. Die Eingebohne mir einfach mal ein Dings mitbringen. Neue Stammesbögen. Äh, Stammes... Äh... Speere. Ja, ist sehr verbunden. Werde auch euch entlohnen. Geil. Mitnehmen. Oh. Hier ist ja reichlich Nahrungsangebot. Ich glaube, ich habe auch eine Kokosnuss gesehen, oder? Kann das sein? Loh. Ich brauche Pfeile und Bogen. Und hier ist wieder alles voll mit dem... Ihr habt doch... Ich wusste es. Ne. Kein Platz mehr am Rucksack. Oh, äh... Einmal aufräumen. Passt doch. Echtige Dinger, ja. Geil. Ähm... Ja, das räumen wir aber erstmal auf. Gibt Müll. Natürlich ist ja wieder alles, äh... Sonstwo, ne? Pugelnest. Nehmen wir mit. Pädern. Ja, meine Axt hat auch schon mal besser... Ei. Wir gehen erstmal da lang. Aha. Oh. Oh. Ja, wir haben wieder Fieber. Jetzt ist es auch egal. Okay. Jetzt ist es... Sicher auch egal. Es fehlt nur noch, dass... Wir machen jetzt das erstmal fertig. Wir haben... Wir haben ja ein Zuhause hier. Da ist noch eine Flasche. Die letzte Flasche, die fehlt. Ja, anders... Ne, da sind zwei. Äh. So. Die haben drei Fieber. Das ist nicht geil. Aber das kriegen wir hin. Sammeln. Sammeln. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, ne? Sammeln. Weil das Fieber, das... Äh... Hielt mich. Wie leckere Kokosnüsse. Das ist nix. Äh... Sammeln. Nagi-Pilz. Bio-Spiel. Berügen sie sich. Alles wird gut. Hm. Sammeln. Hm. Kommt schon. Mit mir mehr Zeug. Sammeln. Sammeln. Oh Gott. Ein bisschen Gas geben. Benutzen. Habe ich trocken das Zeug bei? Ne. Wir haben aber... Exklusives Nest. Das ist das sogenannte... Äh... Feuernest von Flamara. So. Ähm... Essen. Essen. Aufräumen. Essen. 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 Zack. Nehmen wir mit. Sehr geil. Wir gehen jetzt wieder zum Unterschlupf. Und wir haben wieder eine gute Tat verbracht. Mal in die Bäume gucken. Da kommt man nämlich auch relativ schnell kostenlos. Zeug. Oh. Ich bin gerade erschrocken. Gut. Die Energiepilze, die... Hätten meinen Arsch gerade so ein bisschen. Ja. Drei Fieber ist nicht geil, ne? Was hätten wir das? Zum. Mah die Gemahnen. Weil das Feuer brennt noch. So, wir müssen jetzt erstmal zurück machen. So, Feuer bleibt im Gang. Das haben wir. Gut. Zack. 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 15 Energie. Da hin. Benutzen. Leer, leer, leer. Geht mal das? Du bist zwölf Stunden. Ein Tag. 21 Stunden. Essen. Essen. Gott, ich könnte ein Drink benutzen. Ja, das kriegen wir hin. Essen. Essen. Das Ding nicht. Aber wir können Pilze bekommen. Trinken aber hier noch. Haben wir noch Kokosnussbäume? Ne. Sammeln. Wir müssen jetzt irgendwie an... Sammeln. Mann, Fasern. Fasern ist gut. Herzfasern. Sammeln. Wie viele Federn haben wir? Fünf. Herstellen. Hier können wir ja... Zwei Pfeile machen. Herstellen. Herstellen. Dann hätten wir erstmal wieder ein paar Geschosse. Sehr geil. Anhandranne? Nö. Müssen wir erstmal das Fieber loswerden. Dann hätten wir mal weiter die Karte erkunden. Gut. So, wir sind fertig. Ich schlafe erstmal nur eine Zeit. So, Fieber drei. Stufe drei ist weg. Fieber muss weg. Mehr brauche ich nicht. Schlafen. Den können wir ja weiterziehen. 22 Uhr. Legen wir uns nochmal hin. Wie ein ähnliches Dricksvieh. Genau. 7 Uhr stimmen wir auf. Haut uns den Wands voll. Ah, ich weiß. Ich nehme mich mit. So, wie sieht es aus? Durstig. Trinken. Trinken. Wasser ist fast voll. Einen noch. Den Rest haben wir uns in unseren Vorratsbehälter. Gut. Essen. Äh, essen. 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 Aber wir könnten fleischiges Zeug noch gebrauchen. Sammeln. 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 Jo. Gut. Dann gucken wir uns weiter um. Ah. Ah. Ähm. Niemand braucht dich. Oh, denkst du. Fiedern. Wat is Fiedern? Shit. Seriously? Sammeln. Ich hab schon wieder irgendwo Egel. Raus, 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 raus. Du dreckiges Ungeheuer. Du Bettvorleger. Weg. Ganz ehrlich, gibt's hier keinen Stein. Müssen wir uns eine neue. Oh. Äh. Hab ich einen Stein in der Tasche? Nö. Nö. Am Fluss gibt's in der Regel immer Steine. Wo ist aber keine Drei? Ich nehm jetzt einfach. Sammeln. Ich hab schon... So, wo waren wir stehen geblieben? Jo. Ich bin in der richtigen Egel-Andock-Station. Gut. Ähm. Herstellen. Herstellen. Eine reicht mir erstmal völlig. Eine reicht mir erstmal völlig. So, jetzt ist die Sache. Gehen wir bloß aufwärts. Gucken, ob es noch Zeug gibt. Ob es dort noch irgendwas zu tun gibt. Ja. Wir gucken jetzt mal hoch. Boah. Hm. Hä. Trinken. Sammeln. Wir haben vollen Rucksack. Das ist geil, denn... Also hier sind diese... Auf dieser Fahrweg liegt denn hier auch noch der Jeep rum? Wo? Wo? Weg mit dir. Nein. Wo? Ich muss gucken, ob es hier noch irgendwie giftiges Zeug gibt. Geil. Ich bin stolz auf den Speer. Verhalte ihn. Verhalte ihn einfach. Na komm. Aus Rache baue ich mich jetzt hier ein Bit. Das ist jetzt mein Lager. Zack, zack, zack. Die Seile nehme ich auch noch mit. Ich würde sagen, wir werden jetzt den Flusslauf weiter erkunden. Und das in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.